Die Rettung aus der Kühltheke, wenn die Lust auf Burger wächst, aber kein Burger-Grill in der Nähe ist. Fertig-Burger aus dem Supermarkt. Ja, das Angebot ist wirklich groß, aber die Frage beim Einkauf auch, wie gut sind die Fertig-Burger und vor allem, wie lecker. Wir machen den Frühstücks-Fernsehen-Regal-Check. Heute Fertig-Burger aus der Kühltheke. Hallo Alex, ich hab da mal was mitgebracht. Oh wow. So, Burger-Satt. Weißt du eigentlich, wie viele Burger du in deinem Leben schon gegessen hast? Wow, das ist eine Fangfrage. Ganz schön viele. Ganz schön viele. Alexandra Melendez ist die Burger-Queen. Ihrem Burger-City-Guide folgen tausende Fans auf Facebook. Und wie ein perfekter Burger funktioniert, hat sie in der Burger-Bibel niedergeschrieben. Was sagst du denn hier zur Burger-Optik? Das ist der Cheeseburger. Appetitlich finde ich es jetzt nicht unbedingt. Was ist hier mit den großen, teuren? Man sieht einen Cheeseburger, aber im Vergleich zu dem auf dem Paket hier, das ist schon mal was ganz anderes. Ja, der ist ja auch noch nicht in der Mikrowelle gewesen. Mit Cheeseburger aus dem Burger-Laden nicht zu vergleichen. Schon gar nicht beim Preis. Die Fertig-Burger liegen zwischen 1,15 Euro und 2,89 Euro. Eine aus dem Laden bei 6,90 Euro. Aber was gibt es fürs Geld? Ich packe mal aus. Also, wir haben Brötchen. Käse. Und was ist da irgendwas? Chili-Cheese-Soße möglicherweise. So, dann haben wir ja nochmal den günstigen. Weizen-Sesam-Brötchen. Klassisch passt. Klassisch passt. Aber man sieht hier schon qualitätsbedingt nicht die beste Variante. Der muss reißfest sein. Da muss die Soße richtig schön haften drin und einfach einen guten Griff haben. Der Käse, Gouda, Klassiker auf dem Burger, habe ich nichts auszusetzen. Aber man kann auch so gut wie den Cheddar nehmen mit einer schönen Chili-Cheese-Soße. Ketchup? Oben drauf. Gehört auch drauf? Ja. Ist dabei? Ja, ist dabei. Also, ist jetzt alles drauf, was auf so einen Cheeseburger gehört? Grundsätzlich ja. Mir fehlt aber die Frische. Vielleicht wäre nochmal so ein Gewürzgürkchen oben drauf ganz nett. Die Zutaten sind insgesamt übersichtlich. Die wichtigste Komponente für die Burger-Freunde ist aber das Fleisch. Was sagst du zu den Patties? Wir haben hier vier Burger und wir sehen schon größenverhältnistechnisch vom Fleisch zu Brot Unterschiede. Und das sollte schon stimmig sein. Hier hast du einfach viel zu viel Brot und viel zu kleines Patty, genauso wie auch hier. Und das größte Problem an den Patties ist die Rindfleischzusammensetzung. Also wir haben teilweise 34 Prozent Rindfleisch in einem Cheeseburger und im besten Fall 77 Prozent. Und das ist auch viel zu wenig. Bei dem hier finden wir sogar Schweinefleisch mit drin. Und in einem Cheeseburger hat das da gar nichts verloren. Da müssen 100 Prozent Rindfleisch vorhanden sein. Und aufs Rindfleisch kommt es tatsächlich an. 45 Prozent der Deutschen bevorzugen Burger-Patties aus Rindfleisch. Nur 15 Prozent mögen lieber Hühnchen und 13 Prozent wollen es vegetarisch zwischen den Brötchen. So, jetzt wird gekocht, oder? Ich glaube nicht. Das geht relativ schnell. Ab in die Mikrowelle damit. Wirklich? Mhm. Nach den äußeren Werten geht es nun um das Wichtigste, den Geschmack. So, wir machen jetzt die Burger-Verkostung. Ich schalte das mal auf. So. Da sieht man auch schön den Schmelzkäse, geschmolzen. Aber was sagst du so vom Verhältnis? Fleisch, Brot, Ketchup, Käse? Es sieht nach einem Cheeseburger aus. Na dann. Es ist Gummisohlen-ähnlich. Und auch die Gewürzverteilung finde ich kritisch. Also es ist wirklich so eine Gewürzbombe. Ja, da ist Luft nach oben. Wir haben aber noch den teuren Burger. Ich habe definitiv mehr Brot als Fleisch. Das Brötchen ist super. Das reicht auch kaum. Allerdings auch hier super stark gewürztes Fleisch. Schmecken tut er aber besser als der erste. Okay, was sagst du? Kann man das als Snack machen? Ich empfehle es nicht. Okay. Hol dir dann lieber die fertigen Supermarkt-Burger-Buns. Nimm dir etwas Hackfleisch, würze es leicht und dann machst es dir zu Hause selbst. Aber dauert länger. Es dauert länger, aber es schmeckt doch viel besser. Wer es trotzdem unkompliziert mag, pimpt den Fertig-Burger mit einer Gewürzgurke oder Salat. Vielleicht wird er dann so zum persönlichen Leckersnack. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost. 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 Prost.